Ich lerne Deutsch. Nummer 14381 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. In Freiheit können Ideen gedeihen, und die Vielfalt der Gedanken bereichert unser kollektives Wissen. Kannst du mein Auge sehen, wenn ich hierdurch schaue? Darf ich den Donut hinterher essen? Kannst du mein Auge sehen, wenn ich hierdurch schaue? Darf ich den Donut hinterher essen? Juristisch gesehen hat sie das Recht auf Entschädigung. Juristisch gesehen hat sie das Recht auf Entschädigung. Betont, dass sie laut Gesetz oder rechtlicher Grundlage Anspruch auf Entschädigung hat. Erdbeeren sind reich an Vitamin C. Sie sind gesund und stärken dein Immunsystem. Erdbeeren sind reich an Vitamin C. Sie sind gesund und stärken dein Immunsystem. Erdbeeren sind reich an Vitamin C. Sie sind gesund und stärken dein Immunsystem. Marina löst das Problem eigenständig, ohne Hilfe von Kollegen. Betont, dass Marina die Lösung des Problems alleine und ohne Unterstützung von anderen fand. Als Reporterin musst du in der Lage sein, Geschichten interessant und ansprechend zu erzählen. Die Kinder liegen auf dem Boden ihres Kinderzimmers und malen gemeinsam in ein Heft. Die Kinder liegen auf dem Boden ihres Kinderzimmers und malen gemeinsam in ein Heft. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.